Moritz Johann Bleibtreu ist ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Regisseur österreichischer Abstammung. Seinen Durchbruch hatte er 1997 als Gangster Abdul in dem Rot-Movie Knocking on Heaven's Door. Seitdem spielte er in über 90 Film- und Fernsehproduktionen, etwa in Kinofilmen wie Lola Rent, Das Experiment, Lombok, Alles in Handarbeit, Elementarteilchen und der Bader-Meinhof-Komplex. Leben, Herkunft und frühe Jahre Moritz Bleibtreu wurde 1971 als Sohn österreichischer Eltern in München geboren. Er wuchs im Hamburger Stadtteil St. Georg auf. Seine Mutter war die Schauspielerin Monika Bleibtreu, sein Vater der Schauspieler Hans Brenner. Bleibtreus Großvater war der Schriftsteller Renato Attilio Bleibtreu. Seine Urgroßmutter Maximiliane Bleibtreu, ihre Schwester Hedwig Bleibtreu sowie deren Eltern Amalie Bleibtreu und Sigmund Bleibtreu waren ebenfalls Schauspieler. Moritz Bleibtreu ist durch seinen Vater der Halbbruder der Schauspielerin Cilly Drechsel. Die Bleibtreu-Straße in Berlin, auf die er im Zusammenhang mit seinem Nachnamen immer wieder angesprochen wird, ist nach dem Schlachtenmaler Georg Bleibtreu benannt, der ein entfernter Vorfahre ist. Bereits als Kind stand er vor der Kamera, so vor allem in der von seiner Mutter und Rainer Bolt geschriebenen Kinderserie Neues aus Uhlenbusch mit Hans-Peter Korf, der zu dieser Zeit mit Monika Bleibtreu verheiratet war. Es folgte eine weitere Rolle in Bolz Ich hatte einen Traum, wiederum mit Korf. Seine dritte Rolle hatte er 1986 an der Seite seiner Mutter im Fernseh-Dreiteiler mit meinen heißen Tränen. Die Schule verließ er mit dem Realschulabschluss in der 11. Klasse, wegen Nichterscheinens erhielt er keine Bewertung mehr. Er ging anschließend nach Paris, wo er eineinhalb Jahre als Au-pair arbeitete und Französisch lernte. Nach einem weiteren Jahr in Italien ging er nach New York, wo er an kleineren Schauspielschulen Unterricht nahm. Ein Vorsprechen am Ektas Studio blieb erfolglos, er fand dort jedoch eine Beschäftigung als Faktotum, wodurch er die Schauspieler bei den Proben beobachten konnte. Schauspielkarriere nach vierjährigem Auslandsaufenthalt setzte Bleibtreu seine Karriere mit 21 Jahren am Thalia-Theater und am Schauspielhaus in Hamburg fort. Es folgten Rollen in kleineren Fernsehproduktionen. 1993 spielte er in Schulz & Schulz eine Nebenrolle, die schon seine große Wandelbarkeit zeigte. In den 1990er Jahren spielte er einige große Fernsehrollen. 1994 spielte er in Rainer Kaufmanns ZDF-Fernsehkrimi Unschulzengel an der Seite von Christian Nähte und Jürgen Vogel den schwulen Kneipenwirt Thorsten aus der Hamburger Stricher-Szene, der einen 16-jährigen Jungen hilft, die Unschuld seines Vaters, der einen jungen Mann aus dem Hamburger Rotlichtviertel getötet haben soll, zu beweisen. Kaufmann besetzte ihn auch der Kinoleinwand in seiner Liebeskomödie Stadtgespräch als homosexueller, naiver Tischler Karl in einer ähnlich gelagerten Rolle. 1998 entschied er für sich, keine Fernsehfilme mehr zu machen, weil Kino eine aktive Form des Zuschauens ist, Fernsehen hingegen eine passive. Vor allem durch seine Kinofilmrollen in Knocking on Heaven's Door, Lola Rent, Das Experiment und der Bader-Meinhof-Komplex wurde er bekannt. Mit dem Filmemacher Fatih Ekin drehte er die Filme im Juli, Solino, Soul Kitchen und Chico. 2001 erhielt er den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller für im Juli und Das Experiment. Für die Hauptrolle in Oskar Röhlers Elementarteilchen wurde er 2006 mit dem Silbernen Bären als bester Darsteller der Berlinale ausgezeichnet. Gelegentlich wirkt der Schauspieler in größeren Nebenrollen internationaler Co-Produktionen mit, wie in VJ und Ich, Meine Frau geht fremd mit mir von Sam Gabarski. Auch in Kinder- und Jugendfilmen war Moritz Bleibtreu zu sehen, unter anderem 2004 als spanischer, Fakir, Lombardo in dem dänischen Abenteuerfilm der Fakir oder 2016 als Holländer Michel in der Wilhelm-Hauf-Verfilmung Das kalte Herz von Johannes Naber. Im Februar 2015 war er nach 17 Jahren wieder in einer Fernsehproduktion zu sehen. In der ZDF-Krimi-Reihe Schuld nach Ferdinand von Schirach übernahm er bis 2019 in drei Staffeln die Hauptrolle des Strafverteidigers Friedrich Kronberg. In der Musical-Verfilmung Ich war noch niemals in New York, die im Oktober 2019 in die deutschen Kinos kam, spielte er neben Heike Makatsch, Katharina Thalbach und Uwe Ochsenknecht als Axel Staudach in einer der Hauptrollen. Im September 2020 stellte Bleibtreu beim Filmfest Hamburg sein Regiedebüt Cortex, das im Oktober 2020 seine Kinopremiere hatte, vor. 2021 war er in der sechsteiligen RTL Plus Dramaserie Faking Hitler als Kunstfälscher Konrad Kujau an der Seite von Lars Eidinger zu sehen. Bleibtreu betätigt sich neben seiner Arbeit vor der Kamera auch als Synchronsprecher U.A. lieh er in den Jahren 2004 und 2006 Jason Reiss seine Stimme für den in den Walt Disney Studios entstandenen US-amerikanischen 44. abendfüllenden Zeichentrickfilm Bärenbrüder sowie in dessen Fortsetzung Bärenbrüder 2. Moritz Bleibtreu war 2003 eines der Gründungsmitglieder der Deutschen Filmakademie. Seit Anfang 2010 ist eine Wachsfigur von Bleibtreu bei Madame Tussos in Berlin ausgestellt. Kontroversen im Juni 2013 erregte Bleibtreu Aufmerksamkeit, als er mit Alexandra Maria Lara, Joko Winterscheid, Christian Ulmen, Elias Embarek, Kroh, Jürgen Vogel und anderen in einem Werbespot einer Fastfood-Kette auftrat. Bleibtreu rechtfertigte sich damit, dass er sich mit dem Spot den Luxus ermögliche, kleinbudgetierte Filme zu drehen, und er außerdem das beworbene Produkt gelegentlich selbst konsumiere. Bleibtreu beteiligte sich im April 2021 an der Aktion Hashtag Allesdichtmachen, bei der rund 50 prominente Schauspieler in Einzelvideos diverse Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie kommentierten. Nach Intervention eines Werbepartners hat er auf die Veröffentlichung eines eigenen Videobeitrages jedoch verzichtet. Privates Bleibtreu, der in Rheinbeck bei Hamburg lebt, wurde im November 2008 Vater eines Jungen. Auszeichnungen 1997 Deutscher Filmpreis – bester Nebendarsteller für Knocking on Heaven's Door 1997 Ernst Lubitsch-Preis für seine Rolle in Knocking on Heaven's Door 1999 Jupiter – bester deutscher Darsteller für Lola Rendt 1999 Deutscher Shootingstar des europäischen Films 2000 Diva Award 2001 Berliner Bär 2001 Deutscher Filmpreis – bester männlicher Schauspieler für seine Hauptrolle in im Juli 2001 – nominiert für den Publikumspreis des europäischen Filmpreises als bester Darsteller für das Experiment 2002 Jupiter – bester deutscher Darsteller für das Experiment 2002 Seattle International Film Festival – Golden Space Needle als bester Darsteller in das Experiment 2005 Goldene Romy – beliebtester Schauspieler 2006 Silberner Bär auf den internationalen Filmfestspielen Berlin für die beste Hauptrolle in dem Film Elementarteilchen 2006 Goldene Romy – beliebtester Schauspieler 2009 Nominierung für den europäischen Filmpreis als bester Darsteller für der Bader-Meinhof-Komplex 2010 – Preis für Schauspielkunst des Festival des deutschen Films 2011 Nominierung für den österreichischen Filmpreis als bester männlicher Darsteller für Jutsüß Film ohne Gewissen 2017 Ehrung mit einem Stern auf dem Walk of Fame des Oldenburger Filmfestes morally unter velvetischen Filmes als besterätz DARists dragoncom nötig